Hallo ihr Lieben, ich habe eine kleine Ankündigung und eine kleine Frage für euch. Und zwar werde ich über das Wochenende auf der Equitana Open Air sein. Unter anderem auch auf dem großen YouTuber-Treffen, das am Samstag stattfinden wird um 14.30 Uhr. Und zwar zwischen dem Dressurplatz und dem Showring. Da werden ganz schön viele Pferde-YouTuber dabei sein, auch Bekannte und auch die, mit denen ich jetzt am Wochenende unterwegs war. Und das wird bestimmt ziemlich klasse und ich freue mich schon riesig drauf. Und dann zu der Frage, ich werde auf jeden Fall meine Kamera mit auf die Equitana nehmen und ich bin mir noch nicht sicher, was ich filmen soll. Also das ist die Frage an euch. Soll ich einfach ein Follow-me-around drehen von allen drei Tagen oder nur von einem Tag? Oder mehr so Themenvideos, also so Programmen, also Showprogrammen, dann vom Treffen irgendwie extra Video, vielleicht vom Shopping extra Video. Also ja, sagt mir da einfach mal, was ihr denkt, welche Videos am interessantenesten wären. Also beim Follow-me-around wäre natürlich alles irgendwie drin, aber eben nicht geordnet, sondern nur so zeitlich, in welcher Reihenfolge ich halt was gemacht habe. Deswegen schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr das gerne hättet. Und ja, das war's dann auch schon. Wie ihr seht, den Pferden geht's wunderbar gut. Die stehen jetzt auf der Weide. Und ja, wir sehen uns dann also im nächsten Video. Macht's gut!